Es ist in den 16. Jahrhundert. Dr. Faust wird in der Nähe von der Stadt Weimar geboren. Er studiert Theologie, Astrologie, Mathematik und Medizin. Später, Faust öfft die Sauberei Tag und Nacht. Was zum Teufel will, das Lässeg nicht aufhalten. Nein! Dr. Faust möchte gern Sauberei lernen, weil er den Teufel kennenlernen will. Spät am Abend macht er Kreise in den Boden im Wald und legt damit den Teufel. Ein Geist erscheint im Kleid eines grauen Munkes. Was willst du sterben, Blickenheim? Ich heiße Dr. Faust und ich befelle dich. Wer ist dein Herr? Ich heiße Mephistopheles und ich arbeite für den Teufel. Was kann ich für dich erfüllen? Du sollst mir morgen und mitternacht weiter in meinem Haus erscheinen. Dr. Faust denkt über seine gute Wünsche. Was ist das? Es ist mir. Faust erklärt seine Wünsche. Erstens, sollst du allerseits bis zu meinem Tod mein deiner sein. Zweitens, sollst du alle meine Fragen ohne Falscheid beantworten. Außerdem sollst du immer in der Gestalt erscheinen, die ich wünsche. Und endlich sollst du vor niemandem als vor mir erscheinen. Ich will dir jeden Wünsche erfüllen, aber dafür musst du den Regeln des Teufels folgen. Erstens, darfst du fast keinen anderen Herrn als den der Teufel haben. Zweitens, musst du deinen Pakt mit dem Teufel mit deinem eigenen Blut unterschreiben. Drittens, sollst du ein Fiend aller Frömmen Menschen sein. Wirtens, darfst du keine Frömmen Gedanken haben. Du musst nach vier und zwanzig Jahren deinem Körper und deiner Seil den Teufel übergeben. Du sollst alle haben, was dein Herz nur wünscht. Ich bin so froh! Machen wir das! Hier ist dein scharfes Messer. Oh, danke! Mit eigenu Hand und mit meinem eigenen Bluteschreiben und Unterschreiben, ich alles. Gute, dein Pakt ist auf der Seele. Gute, dein Pakt ist auf der Seele. Ja, sie waren sehr glänzend. Wo war unser Sternbaum? Ich weiß nicht, aber... Hier ist die beste Spieze und Wein. Und die schönste Kleider? Sie ist hier, von Paris. Gut, aber ich bin froh nicht. Warum? Ich will eine Frau! Der Erstein ist ein Werk Gottes. Ich passe nicht auf! Du kannst nicht einen Frau nehmen, der Pakt mit dem Teufel hindert einen Herstand. Ich passe nicht auf! Ich will eine Frau! Du hast eine Frau nicht! Okay, okay. Es tut mir leid. Kann ich eine schöne Mädchen bitte haben? Bring eine schöne Mädchen für dich! Kann eine Frau? Danke, danke! Hier sind die Bücher über Sauberi, Astrologie und Mathematik. Oh, danke! Ich kann Kalender, Horoskop und Almanacke unterschreiben. Und noch etwas? Ja... Ich will die Frau sein! Okay, Basilbub, sieg dir die Frau! Basilbub? Wer ist Basilbub? Ein Geist des Teufels! Du musst in dein Stuhl auf seinem Rücken! Ja, gut! Faust und Basilbub fliegen in die Luft! Highway to the Bank Zone! Ick vor ein allerlei Schöne Instrumenta! Ah, schreckliche Ratten und Sekten in lange Schlange! Helfen Sie mir! Das war schrecklich! Ein Albtraum! Studenten der Theologie und Medizin sind oft Gäste bei Dr. Faust. Sie genießen die besten Weine und Speisen aus allen Ländern. Faust und seine Studenten sitzen am Tisch und die Räder kommt auf schönen Mädchen. Helena von Griechenland ist das schönste Mädchen! Ja, ja! Bring mir Helena! Ja, deine Wünsche ist mein Werk! Hallo! Oh, sie ist sehr schön! Kommen Sie mit mir! Sie ist wunderbar! Ich liebe dich! Faust und Helena wohnen zusammen bis das Ende des Paktes. Sie haben einen Sohn. Er heißt Justice. Auf Wiedersehen, Helena! Auf Wiedersehen! Faust geht in den Gasthol. Meine Studenten, es ist mein Ende! Bitte für mich! Was? Der Teufel kommt für mich heute! Ich sterbe heute! Nein! Nein! Ja! Auf Wiedersehen! Ich will Gnade von Gata bekommen! Nein! Das ist Schrecklich! Die Teufel ist schrecklich! Die Teufel ist schrecklich! Na, du bist da. Der Teufel ist schrecklich! Was war's! Na, du kannst du das! Nein! Why not?! Du kannst! Ich bin jetzt! Oh, da mit! Ich bin jetzt! Die Teufel ist.